Einen schönen guten Morgen und wieder einmal nutzen wir die spätherbstlichen schönen Tage zu einer kleinen Tour, diesmal im Hochschwab. Wir sind heute im Hochschwab unterwegs, genauer gesagt im Bereich des grünen Sees auf die Pribitz und werden aber einen etwas versteckteren Weg, der nicht in Landkarten eingezeichnet ist, benutzen. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserer Tour. So ist er wirklich nicht eingezeichnet? Nein, auch, komm. So kippen dir das nicht rein. So kippen dir das nicht. So kippen dir das nicht. So kippen dir das nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020